Samstag, 19.01.2019 Das war ein geiles Wochenende, guter Fußball Was ich alles gesagt habe, aber bei Liverpool In Crystal Palace 4-3 für Liverpool Pferdefußball, they run like horses, man Pressing-Football von Liverpool Verdient 10 Torschüsse gegen 2 Unverdient 0-1 hinten gegen Crystal Palace Aber trotzdem sich am Ende durchgesetzt 4-3, Liverpool gewinnt zu Hause Das andere Spiel Top-Spiele Manchester United gewinnt zu Hause 2-1 gegen Breitenhofen, Albion Ein wetterer Sieg für Ole Gunnar Solskjaer Phil Neville Michael Carrick und Rio Ferdinand Auf der Trainerbank Arsenal gewinnt 2-0 gegen Chelsea, London Outlook-Stil, was ich in Facebook Und Arsenal.com alles gesehen habe Outlook Pen, Kugelschreiber und alles mögliche Was Outlook-Fußball anheißt Das heißt immer Arsenal, das heißt immer Chelsea Alles aus London, das beste Outlook-Fußball Wettere Spiele Deutschland Bayern 0-4 Everkusen verliert zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach 0-1 Gestern schon gespielt Bayern München Auswärtssicht 1-3 in Hoffenheim Auch sehr schöner Fußball Angriffs-Fußball Pressing-Fußball Druck-Fußball Technik-Fußball Rassenball-Sport Leipzig Borussia Dortmund 0-1 Christian Pulsic auf der Ersatzbank Wechselt im Sommer zum Chelsea, London Schon fix unterschrieben 66 Millionen Euro Ablösesumme Wettresultate Paris Saint-Germain PSG gewinnt zu Hause 19-0 gegen E.A. Goinkamp Was der Neymann an Ballkontrolle zeigt Und Technik Mit Mbappe und Cavani Das ist einfach Einbahnstraßenfußball 19-0 für PSG Paris Saint-Germain Real Madrid Der kroatische Verein Also dort in der Historie Nicht einmal ein Sebi gespielt In der Real Madrid-Aufstellung Real Madrid gewinnt 12-0 gegen Sevilla Huesca Gletko Madrid 0-3 Atletico de Madrid Und Cetad Vigo CFC Valencia 1-2 FC Valencia Italien Serie A Kaltjo Aleksandr Kolorov Und Edin Dzeko Gewinnen 3-2 gegen Turin Inter-Mainland 0-0 mit Sassolo Kaltjo Wettresultate folgen am 20.01.2019 Mit Manchester City in der Batslis Das wichtigste Spiel war einfach Liverpool gegen Quizzle Palace Pferdefußball Horse-Football Pressing Was man alles gesehen hat Im Youtube Und das mitverfolgt habe Über www.zockerstan.com Also Ich habe Spaß gehabt Dieses Wochenende Ich transe She Ladyboy Ladyboy She-Mail Ladywoman Damenherr Tomislava Tomislava Barisic Sehr viel Spaß gehabt Dieses Wochenende Fußball 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 Das Beste aus Deutschland Das Beste aus England China Moment Google 2020 Bieber Far